Hier liegt noch so'n Kack. Und noch ne Schüssel, die ich eigentlich schon aufgesammelt hatte, aber egal. Was wir haben, das haben wir. Dann das Zeug noch. Und die Pfeile. Und das hier. So, ich hoffe mehr haben wir nicht verloren. Jetzt guck ich mal hier. Ähm, das war hier ungefähr, ne? Wo war denn jetzt der Mittelpunkt? Hier. Ich weiß es nicht mehr. Wollt war das Set. Ich mach mal 10. Dann 20. Das ist genau das Doppelte. Und so war's auch vorher, oder? Ne, wie war'n das? Ne, es waren, es waren jetzt, es müssen jetzt 19 sein, ne? Ne. 18? Ja, 18 müssen's jetzt sein, genau. Okay, da wär'n wir richtig. Und auch hier. Ne, hier müssen's dann wieder 19. Okay. Schön. Da hätten wir das wieder. Ich hoffe, jetzt geht's auch, ähm, Dingens wieder. Ich guck noch mal. Jetzt sind wir wieder hier oben. Was ist denn die Scheiße? Gut, jetzt haben wir die Zahl zumindest schon mal. 19? Mann, ey. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich versteh' das überhaupt nicht hier mit dem Nether. Also, das ist auf jeden Fall noch richtig kacke hier bei der Map. Droppt er was? Ne. Ach, ne, Alter. Da. Leute, 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 was macht er nur, ey? Ich versteh's nicht. Bin heut' so schon geschafft genug. Dann müsst' er nicht noch so was mit mir veranstalten, hier. So, jetzt müsst' er auch hier stimmen, ja. Okay. Und die eine Katze ist natürlich jetzt weg. So, Hühner könnten wir wieder kriegen durch die Eier. Ich erlaub mir das gerade mal hier oben hochzufliegen. Guck mal, hier haben wir auch noch Sachen. Haben wir noch einen Eichensetzling. Hatte jetzt einfach mal keinen Bock mich hier hochzubauen. Da haben wir die nächste Kiste. Aber das dauert noch, bevor wir da drankommen. Dann müssen wir noch drei Erfolge kriegen. Ach du Scheiße. Wie soll man das schaffen? Ich kann ja nochmal hier drüber gucken, was es da noch so gibt. Ach, guck mal da vorne. Alles nur Fake. Jetzt kommt's raus. Mhm. Hm. Interessant. Okay. Ich bin nochmal gespannt, wenn wir endlich an diese komischen Heubein rankommen. Und alles. Wir müssen nochmal wieder Zucker rauf haben und so, ne. Ähm. Krieg ich jetzt mal wieder Game Mode? Yo. Ey. Game Mode Null. So. Dann guck ich nochmal hier hoch. Die plündere ich gerade mal wieder. Zack. Alles raus hier. Und komm, die baue ich jetzt auch gleich mal ab. Was soll man mit der? Ach man, jetzt baue ich natürlich den Block ab. Komm her. Und stimmt, hier in dem Snapshot hatte die noch gar nicht diese Abbauanimation, die sie jetzt hat. Und man sieht's auch gar nicht, wenn man sie aufnimmt. Okay. Dann hier rein und dann haben wir jetzt den nächsten Setzling. Und wir haben immerhin noch ein paar Rüstungsteile. Zwei Stück, richtig viel. Dann brate ich nochmal hier das Eisen. Ne, das Hühnchen meine ich. Ist ja fast dasselbe, ne. Kann man ja mal verwechseln. Ähm. Was haben wir da noch? Federn raus. Das raus. Ähm. Das kann hier hin. Das... Ach. Keine Ahnung. So. Ich guck auf jeden Fall mal, dass ich mich ein bisschen noch auf die Monumente konzentriere. Was hat man da noch? Green. Ach so, wir hatten noch Brown unter anderem, ne. Und Brown hatten wir ja, oder? Ja, braunen Farbstoff hier hat man den. Genau. Den kann ich mir dann gleich mal craften. Zack. Mal sehen wo da war. Da muss ich erstmal nachgucken. Hier hinten. Yo. So. Mal sehen, ob jetzt oben wieder was gespawnt ist. Ich hoff's mal. Hoffentlich mal was interessantes. Oh, noch ein paar Kühe. Normale Kühe diesmal. Da kommt, ihr könnt auch gleich hier runter. So. Zack. Alle in den schönen Tierstall hier. Okay. War aber jetzt auch nicht mehr so nötig, weil das hatten wir halt schon. Oh. Da hab ich gelitten. Okay. Das kann dann weg. Die Dinger auch. Äh. Was brauchen wir jetzt noch? Ach so. Magenta. Und Pink. Genau. Wir hatten ja hier die Rosensträucher und das Lapis. Und Knochenmehl müssen wir auch noch haben. Yo. Dann schau ich mal. Zack. Kriegt man so Magenta. Ey, das ist Violett. Warte mal. Wie war denn das? Ging das nicht so irgendwie? Wenn man die drei zusammen packt. Oder so. Ne. Das ist rosa. Das ist aber auch nicht pink, oder? Gibt's da nicht noch extra pink oder so? Der so ein bisschen dunkler ist oder so? Vielleicht so? Ne. Oh, ich weiß es jetzt gar nicht, ne? Ob's nochmal extra pink gibt. Ich glaub's ja nicht. Das ist aber auch nicht Magenta. Magenta. Wie macht man nochmal Magenta-Farbstoff? Mit Orange oder was? Ich kann's ja mal probieren. Einmal mit Gelb. Ne. Ne. Boah, da muss ich gerade mal nachgucken. Ey, das ist ja krass. Magenta, Alter. Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Ach, Mann. Aber rosa sollte funktionieren, ne? Die Sache hier. Jetzt brauchen wir nur noch genug Leben. Und daran wird's wahrscheinlich scheitern, ja. So wie's aussieht. Wir haben kein Leben mehr. Na super. Da nützen uns die Farbstoffe auch nichts mehr. Aber wir können mal kurz schlafen. So. Na komm. Da hin, dann da hin und da hin und da hin. Ja, ich weiß es jetzt hier ein bisschen unordentlich. Aber kann ich gerade mal nicht ändern und juckt mich auch nicht. Deswegen. Lassen wir das mal so. Den Sand brauche ich ja immer gerne mal. Nehme ich mir sogar mal ein bisschen mehr mit. Fackeln. Haben wir hier sogar noch ein bisschen. Und da hole ich mir mal ein bisschen was. Hm. Läuft doch bei mir, ne? So. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Zeug und ich werde jetzt ein bisschen farmen. Unter anderem. Oh, wie schön das Zuckerrohr gewachsen ist. Da freut man sich doch. Zack. Haben wir jetzt bald alles voll hier. So, ich hoffe mal, dass auch alles ausreichend beleuchtet ist. Aber es sollte doch stimmen. Guck mal, jetzt haben wir schon eins übrig. Ey, das ist ja krass. Auf jeden Fall hier harte Fortschritte machen wir. So. So. Huch. Was ist denn das jetzt hier für ein Scheiß? Was soll denn das? Ähm, Wolken aus... Geht ja gar nicht. Ach. Naja, dann. Wir haben noch unsere Diaspitzhacke. Ich muss mal gucken wegen dem Lehm. Ich brauche noch mal ne Schaufel. Boah, das wird jetzt richtig ätzend. Gut. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich kann ja noch mal hier reingucken in unseren Teich, in Anführungsstrichen. Ob es da noch irgendwas Neues gibt. Ne. Auch nicht großartig. Ach, da werde ich mir gleich mal ne Schaufel craften. Oh, ich hoffe... Oh, ich hab gar kein Holz. Oh, bitte lass ja noch Sticks. Oh nein. Oho. Ja, immerhin noch Gold. Und hier, guck mal. Da haben wir es ja schon. So, die Diaspitzhacke brauchen wir wahrscheinlich eh nicht mehr. Und da können wir die jetzt auch mal ein bisschen verbrauchen. Das gönne ich mir mal. Ach, was soll denn der Scheiß eigentlich? Naja. Das ist auch noch nicht lange, ne? Dieser Bug hier. Seit wann ist denn das? Das geht doch immer sonst an die Wand. Seit wann geht denn das nicht mehr? Das geht doch eurer neuen Version wieder. Ach, keine Ahnung. Ich mach jetzt einfach hier weiter. Ich baue mal alles mit ab, damit ich sehe, wo es noch was gibt. Einen Lehnblock haben wir schon. Das ist schon mal krass viel. Ist halt blöd hier bei der Map, ne? Dass es zu viel gibt. Ach, Mann.